Einen wunderschönen guten Morgen zu Pull Studio bzw. Homegym Edition. Ich stehe hier in meinem Kasten mit dem neuen Weitwinkelobjektiv. Ihr seht jetzt, wie unaufgeräumt es überall ist. Tut mir leid. Ist halt leider einfach so. Kleiner Raum. Hier muss viel gedreht werden. Darum, ich tue mein Bestes. Also, wir beginnen direkt mit Überzügen. Überzüge sind mit Sicherheit eine der besten Rückenübungen, die es gibt. Ganz einfach deswegen, weil ihr den Bizep komplett ausschalten könnt. Das heißt, wenn ihr eine Schwäche habt, es passiert häufig so, dass Leute dicke Arme haben, kaum Brust, kaum Rücken. Um den Rücken wirklich zu entwickeln, beginnt immer mit dieser Übung, weil sie den Rücken aufwärmen und ihr den Bizep komplett raus habt. Und das wollt ihr. Ihr wollt eine Vorspannung haben. So, was ihr braucht, ist ein Seilzug, wie hier den. Dann könnt ihr, je nachdem, was ihr habt, entweder dieses Trizepsseil benutzen. Für mich, das ist in Ordnung. Damit geht es. Jetzt, ich persönlich nutze lieber, ich habe mir so ein bisschen Längeres geholt, Längeres Seil. Da habe ich etwas mehr Bewegung drin. Das klemmt ihr euch oben in einen Seilzug ein und greift in diese Schlaufe. So, von der Bewegung. Ihr habt die Arme gerade, das ist wichtig. Nicht gebeugt, nicht sonst irgendwas, sondern die Arme sind gerade. Ihr könnt, wenn ihr euer Ellbogengelenk schützen wollt, minimal vor der Streckung anhalten. So, jetzt geht ihr mit dem Oberkörper nach vorne, bis eure Ellbogen fast neben dem Kinn sind. Von hier aus zieht ihr das Ganze mit geradem Arm neben den Körper. Das ist das, wie es wahrscheinlich jeder kennt. So, das ist die blöde Stange im Weg. Tut mir leid, aber wichtig ist, diese Bewegung, wir haben die Möglichkeit, den Rücken wirklich, den Latissimus von oben bis ganz unten, also bis zum Ansatz, bis Ursprung zu bearbeiten. Das funktioniert aber nur, wenn wir die Bewegung dementsprechend machen. Das heißt, wir greifen rein. So, ich versuche, der Stange auszuweichen. Ziehen runter. Und wenn ihr ungefähr hier bei 90 Grad seid, also hier zwischen bei 90 Grad, richtet ihr euch auf. Und dann werdet ihr merken, dass ihr die Schultern besser zurückbekommt. Und bei dieser Schulteraufrichtung werdet ihr merken, dass der Latissimus langsam nach unten hin kontrahiert. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen immer schauen, dass wir den Muskel möglichst in der kompletten Länge haben. Darum immer die Dehnung mit reinnehmen und halt die komplette Bewegung. Und hier müsst ihr ein bisschen probieren, wenn ihr das anders gewöhnt seid, aber ist deutlich effektiver. Also, hier starten, runter und öffnen dabei. Gut, einmal kurz anhalten, runter, ja, ungefähr bis kurz vor das Kinn und öffnen. Spannung im Bauch, Spannung im Rücken. Ja, das ist im Prinzip die Bewegung. Kommen wir zur Bewegung Nummer zwei. Übung Nummer zwei ist der Rückenzug. Ach, ich bin von meinem Weitwinkelobjektiv einfach begeistert, dass ihr mich jetzt komplett seht und wahrscheinlich gleich meine Arme noch mit drauf sind. Sorry, musste mich einfach gerade mal freuen. Gut, also, Rückenzug für den Rücken, für den Latissimus auch. Hier wird häufig über die Griffweiten spekuliert. Da sagten viele Leute, umso weiter ich greife, umso mehr Rücken trainiere ich. Totaler Schwachsinn, darum geht es überhaupt nicht. Es kann sein, umso enger ihr greift, dass ihr weniger den Bizep rausnehmen könnt. Das heißt, umso weiter, umso enger ihr greift, umso Bizep-lastiger werdet ihr. Das ist möglich. Alles andere ist immer eine Gefühlssache. Und zwar liegt es daran, auch hier, ihr beginnt oben und ihr zieht als erstes die Schulter runter. So bringt ihr den Rücken auf Spannung. Was ihr oft erlebt, ist, dass die Leute hier den machen und dann habt ihr natürlich alles trainiert, nur nicht das, was ihr wollt. Wichtig ist bei dieser Bewegung halt immer erstmal greifen runter. Von der Griffweite würde ich euch einfach raten, im Prinzip, dass ihr gerade hoch greift und dann einfach mal so 45 Grad raus. Das ist ein guter Starterwinkel. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr greift außen lieber, feel free. Wichtig ist, wenn ihr nach der Übung wirklich merkt, dass euer Rücken, euer Latissimus, dass da Blut drin ist, egal wie ihr greift. Und wenn ihr mit zwei Fingern eng greift, egal, wenn ihr das Gefühl dabei habt, macht das genau so. Gut, die Bewegung ist relativ einfach. Ich versuche es jetzt mal so rum, obwohl eigentlich das Gerät andersrum ist. Ihr greift, wie gesagt, wie ich eben schon erklärt habe. So, jetzt ist wichtig, ihr zieht vor den Körper. Ich möchte keinen sehen, der seinen Nacken zieht. Es bringt nicht mehr, es ist einfach nur schlechter für euren Nacken. So, Kopf leicht zurück und jetzt nach vorne ziehen und gut, das geht sogar. Und bis wirklich kurz auf die Brust. Ja, langsam nach oben. Hier ruhig die Schultern aushängen, Schultern runter. Auf die Brust. Hochkommen lassen, Schultern. Dehnung. Aus der Dehnung raus in die Spannung. Runter. Andersrum. Nach oben. Dehnung, Spannung. Schultern hoch. Schultern runter. Runter auf die Brust. Ja. Ich zeige euch das Ganze einmal von hinten. So. Position ist klar. So. Schultern zurück. Runter. Ranziehen. Andersrum. Hochkommen. Schulter. Schulter. Runter. 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 Das Ganze müsst ihr natürlich nicht so stockend machen, wenn ihr es einmal drin habt. Kurz ist natürlich hier eine flüssige Bewegung. Auch hier, wie bei allen Übungen, runter unten einmal halten. Kontrolliert das Gewicht. Wenn nach oben gehen, kontrollieren. Kontrollieren. Rauslassen. Kontrollieren. Runter mit den Schultern. Runterziehen. Kontrollieren. Ja. Wie gesagt, eine der Übungen, die am häufigsten gemacht wird, aber wo es leider auch relativ viele Fehler gibt. Ich hoffe, ihr kommt damit klar und wir gehen zur nächsten Übung. So. Vorgebeugtes Seitheben. Das ganz klassische vorgebeugte Seitheben ist vorgebeugtes Seitheben. Das heißt, ihr habt zwei Handeln. Ihr geht mit dem Oberkörper nach vorne. Schaut, dass der Oberkörper parallel zum Boden ist und geht hier auseinander. Funktioniert. Ich persönlich würde gerne, dass ihr es mal anders probiert, wie ich es persönlich deutlich effektiver finde. Probiert es aus. Ihr werdet merken, was ich meine. Und zwar, nehmt ihr euch zwei Handeln. So. Ich mache es erst mal seitlich vor. Geht in dieselbe Position wie vorher. Jetzt dreht ihr das Handgelenk nach hinten. Ja. Und geht möglichst nah am Körper hoch. Ja. Hoch. Oben einmal kurz halten, nicht ganz runter. Einmal kurz halten, nicht ganz runter. Jetzt achtet mal drauf. Ich versuche es mal einzufangen. Meine Schultern sind nicht gut. Seit ich das hier mache, werden sie besser. Aber sind nicht gut. Achtet mal drauf. Hier, die hintere Schulter. Da kommt der Muskel. Ihr seht, der wird richtig oben angespannt. Im Gegensatz zu hier. Auch da arbeitet der. Aber ihr seht, er dreht sich ein bisschen ein. Darum versucht es auf diese Art und Weise. Spannung im Bauch, Spannung im Po, Spannung Oberschenkel, Oberkörper nach vorne, parallel zum Boden. Hände rechts und links und jetzt neben dem Körper hochgehen. Einmal kurz halten, langsam wieder runter. Einmal kurz halten, langsam wieder runter. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch eine Bank nehmen, die ein bisschen hochstellen, dass ihr mit der Brust vorne auflegt. Dann habt ihr noch mal etwas mehr Entspannung. Aber das ist auch vorgebeugtes Seitheben. So, jetzt kommt der schöne DeLuca-Satz. Das heißt, der Auspowersatz. Fünf Sätze, 20 Wiederholungen. Versucht eine kurze Pause dazwischen nur zu machen. Und zwar, enges Rudern. Enges Rudern habt ihr klassischerweise diesen Griff. Den hat jedes Homegym und sowieso jedes Gym. Ich persönlich mag lieber diesen Griff. Wenn ihr den auch habt. Wenn ihr den als zu Hause nicht habt, kein Problem. Als Gym haben den mittlerweile auch relativ viele. Ich mag den lieber, weil ich da einfach mehr das Gefühl habe, dass meine Arme nicht arbeiten und ich mehr mit meinem Rücken arbeiten kann. Wenn ihr den habt, benutzen wir den. Ihr braucht einen Seilzug. Hängt ihn euch unten ein. Oder wenn ihr eine freie Rudermaschine habt, eine freie Dualmaschine, nicht geführt. Das ist ganz wichtig. Ich will euch nicht an Maschinen sehen. Könnt ihr es natürlich auch da machen. So. Dann greift ihr hier rein. Jetzt, wichtig, die Bewegung kommt wieder größtenteils aus der Schulter. Das heißt, die Schulter ist vorne. Die Schulter geht nach hinten. Und ihr seht, jetzt bin ich schon quasi neben dem Körper. Das heißt, ich mache nur noch Zack. Und gehe wieder nach vorne. Nach hinten. Zack. Ja, so ist die Bewegung. Das heißt, nach vorne kommen. Schultern schön nach hinten. Spannung. Und ranziehen. Ja. Gut ist dabei halt schön tief. Auch hier nicht darauf achten, nicht zur Brust zu ziehen, sondern wirklich schön tief. Beim Rausgehen ausatmen. Wenn ihr ranzieht. Das ist im Prinzip schon alles. Okay. Kommen wir zu den Trucks. Trucks sind für den Trapez. Der Trapez heißt Trapez, weil er trapezförmig ist. Das ist ganz wichtig. Ihr werdet ganz häufig im Studio Leute sehen, die sich gerade hinstellen und den hier machen. Ja, ihr trainiert damit etwas hier oben, aber ihr trefft nicht den kompletten Muskel. Um den kompletten Muskel zu treffen, schaut euch mal den Unterschied an. Wenn ich das mache, was hier passiert, ihr seht, das Stück bewegt sich. Wenn ich jetzt noch ein bisschen nach vorne gehe, nur ein bisschen, und ich gehe dann nach da, seht ihr, dass sich viel mehr bewegt. Ja, also man merkt richtig, dass der komplette Trapez sich bewegt. Und das ist das, was wir wollen. Ob ihr das mit einer Kurzhantel oder zwei Kurzhanteln oder einem Langhantel macht, das ist euch komplett überlassen, wie ihr es lieber möchtet. Ich mache es jetzt hier einfach mal mit zwei Kurzhanteln vor. So, das heißt, ich stelle mich hin, gehe ganz leicht nach vorne, nur minimal. So, und ziehe hinter die Ohren hoch. Ja, nach vorne, Dehnung und hoch. Wichtig ist, schaut dabei gerade aus, dass ihr keine Spannung auf dem Nacken habt. Das ist das, was ihr wollt. Ja, ihr werdet merken, deutlich mehr Belastung als dieses, ich weiß nicht, Bewegung. Gut, das waren Shucks. Nächste Übung, der Armbeuger, der Bizeps. Dafür zwei Übungen. Wir beginnen mit einer geraden Übung, mit den Bizeps Curls. So, einarmig. Hier ist es so, hier habe ich die Fallschrumpen, so. Hier ist es so, auch das kennt jeder, das ist dieses Hochrollen. So. Das ist generell nicht verkehrt, auf keinen Fall. Ich persönlich möchte aber euch hier auch mal ein bisschen was Neues zeigen. Und zwar möchte ich euch mehr Time Under Tension. Also mehr Belastung unter, mehr Zeit unter Belastung organisieren. Das heißt, wir beginnen nicht so in der Position, sondern wir beginnen im Prinzip in der Endposition. Jetzt fange ich mit rechts an, gehe runter. Eins. Zweite Seite. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Ich denke, System verstanden. Ja, von der Seite dasselbe. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Und so weiter. Ja. Soweit dazu. So, weiter geht's mit Bizeps Übung Nummer zwei. Und zwar Curln wie von oben. Das heißt, ihr braucht eine SZ-Stange. Ja, also eine so geformte Stange. Die hängt ja oben in einem Seilzug ein. Jetzt greift ihr eng. Das heißt, ihr seht, hier ist Knick Nummer eins. Hier ist Knick Nummer zwei. Wir greifen hier in dieses Stück. Gehen runter. Und die Arme sind ganz oben. Von hier aus curlt ihr jetzt im Prinzip hinter den Kopf. Das heißt, hier hin. Ja, ganz hoch. Und curlt hinter den Kopf. Das fühlt sich sehr verkrampft an. Euer Bizeps wird ziemlich zittern dabei. Das soll so sein. Das heißt, immer schön die Oberarme senkrecht nach oben. Und hinter den Kopf körlen. Ihr könnt, wenn euch das zu unangenehm ist, auch gerne gerade machen. Hier habt ihr aber natürlich deutlich weniger Radius. Und die Gefahr, die Nase platt zu hauen, ist natürlich da. Gut. Das ist die zweite Bizeps Übung. Gut. Das war Pull. Die Studio Edition bzw. Home Gym Edition. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne hier drunter. Wenn ihr mehr Fragen habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da könnt ihr Fragen stellen. Da gibt es auch nochmal einen Videoraum, wo ich nochmal spezielle Sachen wiederhole. Ich will hier auf TikTok und YouTube die Leute, die nicht so viel Bock auf trainieren haben, damit nicht voll spammen. Darum mache ich hier wirklich nur die drei Trainingsvideos. Das heißt, morgen gibt es dann Beine. Und dann sind wir auch für sechs Wochen mit dem Trainingsprogramm durch. Dann wünsche ich euch einen höllischen Muskelkater und einen schönen Tag. Dann wünsche ich euch noch ein paar Minuten. Ciao. 20. 21.